Einmalig gegen meinen Bankberater Beleidigung ins Netz gestellt und dann noch gegen meinen ehemaligen Videopartner Mirko Rosig. Oder der einzige Ausweg ist, wenn ich mich selbst umbringe, weil anders komme ich nicht weg vom Teufel. Ich war jetzt der Mann mit Superkräften, der Messias, der nächste Erlöser so. Und dann meinte mein Vater, nimm 20 Milliliter von diesem Codeinsaft, hab mir heißen Tee über den Kopf geschüttet. Und ich hatte Angst, dass das Fenster auf ist, weil ich dachte, durch ein geöffnetes Fenster kann der Teufel meine Gedanken lesen. Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Format Wie ist das? Mein Name ist Leroy und heute habe ich mal wieder ein ganz neues Thema für euch vorbereitet. Heute treffen wir einen jungen Mann, der schizophren ist. Ich werde ihn heute fragen, wie Frauen auf seine Krankheit reagieren, ob eine Liebesbeziehung mit Schizophrenie überhaupt möglich ist und welche Auswirkungen seine Krankheit auf seinen YouTube-Kanal hatte. Schizophrenie ist eine charakteristische Störung verschiedener psychischer Bereiche, wie zum Beispiel der Wahrnehmung oder des Denkens. Hier in Deutschland sind rund 400.000 Menschen davon betroffen. Schizophrenie tritt bei Männern meistens im Alter zwischen 16 Jahren und 25 Jahren und bei Frauen im Alter zwischen 23 und 36 Jahren auf. Und schizophrene Patienten haben eine Suizidrate von bis zu 10 Prozent. Das war es jetzt mit dem Faktencheck. Schaut euch das Video auf jeden Fall bis zum Ende an, denn da erzählt er mir, wie sein bester Freund ihm in der Zeit, wo er selbst in der Klinik war, 30.000 Euro geklaut hat. Und um keines dieser Videos mehr zu verpassen, könnt ihr jetzt noch den Kanal abonnieren. Das Ganze ist kostenlos. Abonniert auch noch die Glocke. Und ich würde sagen, wir treffen jetzt Miguel. Hallo, hallo, hallo. Hi, grüß dich. Alles gut? Jo, bei dir? Magst du dich kurz vorstellen für die Zuschauer, die dich vielleicht noch nicht kennen? Hi, ich bin Miguel. Ich bin 21 Jahre alt und ich bin auch YouTuber. Einige von euch werden ihn vielleicht auch schon mal hier auf YouTube gesehen haben. Aber heute sitzt er hier, weil du über ein Kapitel in deinem Leben berichten möchtest, über deine Krankheit berichten möchtest und da mal reinen Tisch machen möchtest. Genau. Magst du selber erzählen, worum es da geht? Ja, also ich bin schizioaffektiv, schizophren. Das heißt, ich habe psychische Probleme und eine bipolare Störung. Für die, die nicht wissen, was es ist. Ich habe eine Manie, die teilweise Depressionen auslöst, aber auch Höhepunkte und Euphorismus. Also, dass ich mega glücklich bin oder mega depressiv. Und ich hatte Zeiten in der Psychiatrie, da wollte ich Selbstmord begehen, Suizid. Ich hatte aber auch Zeiten, da habe ich jeden umarmt und hatte Freudetränen. Und ja, das ist halt in meiner Schizophrenie inbegriffen. Krass. Ich glaube, da werde ich heute einige Fragen zu haben. Ihr könnt natürlich auch für euch überlegen, wenn ihr irgendwelche Fragen zu dem Thema habt, dann schreibt die gerne unten rein. Ich denke, Miguel, du wirst das auch ein bisschen verfolgen. Vielleicht auch auf das eine oder andere antworten können. Das wäre, glaube ich, an der Stelle sehr wichtig. Das heutige Thema ist, denke ich, auch ein sehr sensibles. Das heißt, wenn ich dir irgendwelche Fragen stelle, dann ist vielleicht für dich auch wichtig zu wissen, du musst auf nichts antworten. Ich freue mich und die Zuschauer zu Hause auch. Wir können heute sehr viel von dir lernen. Das ist, denke ich, sehr interessant. Aber du musst nichts beantworten, wo das vielleicht für dich eine Grenze überschreitet. Und ich würde sagen, wenn du bereit bist, legen wir direkt los. Ja, Mann. Mich würde als allererstes mal interessieren, wie hat das bei dir angefangen? Also wie alt warst du da? Wie ist das gekommen? War das vielleicht schon seit Geburt so, dass du das in dir hattest? Und dann ist es irgendwann ausgebrochen. Wie können wir uns das vorstellen? Also es kann genetisch sein, also ist sehr wahrscheinlich auch, weil viele meiner Verwandtschaft hatten auch eine Schizophrenie. Und meine Oma, die hat sich selbst umgebracht in einer Psychiatrie, wo ich auch drin war, wo mein Vater noch relativ jung war. Ich habe sie leider nicht kennengelernt. Und jedenfalls haben viele Familienmitglieder von mir auch eine Schizophrenie. Einmal ist es dadurch bedingt. Und was so eine Schizophrenie oder eine Psychose bei mir auslöst oder auch bei anderen auslöst, sind dann noch Schlafentzug, Drogen oder Stress. Und ich habe meine erste Schizophrenie, beziehungsweise meine erste psychotische Episode hatte ich mit 16. Hast du damals Drogen konsumiert? Weil das hast du gerade so angesprochen, dass Drogen in Kombination mit Schlafmangel und das beides zusammen das Ganze bestärken kann. Also ich habe nur Alkohol getrunken, in Anführungsstrichen. Große Anführungsstriche. Wir haben nämlich auch schon eine Folge mit einem Alkoholiker gedreht. Wie ist das, Alkoholiker zu sein? Die verlinke ich euch mal unten in der Beschreibung. Also spätestens seitdem weiß ich, dass mit dem Thema absolut gar nicht zu spaßen ist. Der hat uns nämlich erklärt, was für einen großen Einfluss Alkohol auf sein Leben hatte. Und so krass das klingt, aber bei ihm wirken die Folgen mindestens genauso hart, wie bei dem Mann, den wir interviewt haben, der heroinkrank war oder heroinkrank ist. Das heißt, Alkohol muss man irgendwie in einem Satz nehmen mit allen anderen Drogen. Aber du hast in der Zeit regelmäßig Alkohol getrunken. Nein, nicht regelmäßig. Es war mein 16-Tage-Geburtstag. Und ich wollte cool sein und habe dann eine halbe Flasche Rum getrunken, 55 Prozent. Wollte von meinen Freunden irgendwie angeben, wie viel ich aushalte. Und ich habe dann dazu noch zwei, drei Tage nicht geschlafen. Aber was richtig wichtig war, war, dass ich Hustensaft getrunken habe. Nicht absichtlich, sondern mein Vater hat mir die falsche Dosis gesagt. Er hat gesagt, ey Miguel, nimm 20 Milliliter. Ach, warst du krank? Ich war krank, ich hatte Husten. Und dann meinte mein Vater, nimm 20 Milliliter von diesem Codeinsaft. Damals war das nicht mal bekannt oder damals wusste man auch nicht, dass Codein, also ich wusste zumindest nicht und mein Vater auch nicht, dass Codein auch eine Droge ist. Er meinte, nimm 20 Milliliter. Das war die ganze Flasche. Und er meinte 20 Tropfen. Ich habe dann hier lustig und spaßig die ganze Flasche dann weggeext von meinen Freunden. Aber wir dachten halt, das wäre so wie Kinderhustensaft, nicht schädlich. Aber durch die Mischung von Alkohol und Codeinsaft und dann zwei, drei Tage Schlafentzug bin ich dann auf der Klassenfahrt durchgedreht von unserer Schule aus für eine Woche. Und da bin ich am ersten Tag in einem Dornbusch gesprungen, habe mir heißen Tee über den Kopf geschüttet und habe da mega komische Sachen gemacht. Ich wollte aus dem vierten Stock Fenster springen und ich bin komplett durchgedreht. Ich habe mir eingebildet, ich hätte super Kräfte und das war meine erste Psychose, wo ich richtig durchgedreht bin, was eigentlich niemand auf YouTube mitbekommen hat. Aber dein Umfeld muss das doch irgendwie mitbekommen haben. Also das, was du beschreibst, ist ja schon massiv. Du warst eine Woche vorher warst noch ein ganz normaler Junge von nebenan. Dann gab es eine krasse Partynacht oder ein krasses Partywochenende und plötzlich fängst du an, dir Tee über den Kopf zu schütten oder sagst, dass du aus dem Fenster springen möchtest. Das ist ja schon so eine 180-Grad-Wende. Wie haben die Menschen in der Zeit reagiert? Also wie haben deine Klassenkameraden reagiert? Hast du vielleicht auch mal überlegt, irgendwas in die Richtung zu machen? Also anderen zu helfen, die genau das haben? Als ich in der Psychiatrie war, mein letzter Aufenthalt, da habe ich wirklich überlegt, ob ich vielleicht im Pflegebereich tätig sein möchte, weil ich einfach sehr gut mit den anderen psychisch Kranken kommuniziert habe. Und ich dachte, ich kann denen besser helfen als manch anderer, der solche Erlebnisse nicht hatte. Und steht noch offen. Mein Psychiater hat gesagt, ich wäre dazu nicht fähig, weil ich selbst psychisch krank bin. Ah, okay, dass du vielleicht einen negativen Einfluss auf den Gegenüber hast. Ja, genau. Oder dass es einen negativen Einfluss auf mich hat. Aber ich denke, ich kann Leuten damit helfen, weil ich das selbst gut nachempfinden kann. Das ist voll die spannende Frage gerade. Also dein Psychiatra sagt, nein, Miguel, du solltest das auf keinen Fall machen, weil du kannst es nicht. Was denkt ihr zu Hause? Das würde mich jetzt mal interessieren, weil ich gerade bin mir voll unsicher. Wenn mich jetzt jemand fragen würde, hey, willst du jemanden beraten, der im Rollstuhl sitzt? Dann würde ich so aus meiner Sicht erst mal sagen, ja, klar, wer, wenn nicht ich? Irgendwie, weißt du, was ich meine? Weil ich kann es voll nachempfinden, was es für Probleme gibt, wie man vielleicht dann denkt, auch als Rollstuhlfahrer. Und ich würde mich als guten Ratgeber sehen, so wie du das gerade auch für dich beschreibst. Aber wenn jetzt jemand sagt, ja, es gibt Experten, die können das besser. Was denkt ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Das würde mich wirklich interessieren. Jetzt reden wir ja gerade schon so ein bisschen über deinen Einfluss auf andere Menschen. Und du bist ja YouTuber, also stehst du in der Öffentlichkeit. Und da würde mich jetzt mal interessieren, was für einen Einfluss hat deine Krankheit auf dein Berufsleben gehabt? Weil YouTuber sein, Personen öffentlichen Lebens, whatever, das ist ja heutzutage auch irgendwie ein Beruf. Das ist deine Tätigkeit. Du steckst viel Arbeit da rein. Aber was für einen Einfluss hat das darauf gehabt, dass du schizophrenkrank bist? Also damals, vor ungefähr zweieinhalb Jahren, wo meine zweite Psychose begonnen hat, da hat das jeder auf YouTube mitverfolgt. Da habe ich gesagt, dass ich eine Psychose habe und psychisch krank bin. Und damals habe ich krank Videos gemacht. Und dann wurde sich teilweise darüber lustig gemacht, weil ich gar keine Mimik im Gesicht hatte, weil ich einfach von den Medikamenten so, ja, ich war starr im Gesicht. Also ich konnte nicht wirklich lachen. Ich war sehr ernst in den Videos. Und ich habe auch alles langsamer verarbeitet durch die Tabletten und durch meine Krankheit. Aber ich habe trotzdem Videos gemacht und dann habe ich sehr negative Kommentare bekommen. Und jetzt Ende letzten Jahres hatte ich meine dritte Psychose. Also da habe ich weiter krank Videos gemacht. Und da war ich in einer schizophrenen Phase. Da ging es mir nicht gut. Und das hat dann ganz YouTube mitbekommen, wie ich dann quasi auf YouTube durchgedreht bin. Ach, du bist auf YouTube in deinen Videos durchgedreht? Genau, genau. Okay. Was heißt für dich durchgedreht? Für Menschen, die das jetzt überhaupt nicht mitbekommen haben? Also ich habe mir teilweise Sachen eingebildet, zum Beispiel meinen Bankberater. Mir wurde Geld von meinem Content genommen, weil ich meinem Kameramann meine Karte geliehen habe, weil ich ihm Geld geschuldet habe. Okay. Dann wurde Geld wahrscheinlich von ihm, vom Content genommen. Aber ich habe dann gedacht, das wäre mein Bankberater gewesen. Habe dann ein komplettes Video gegen den gemacht. Komplett ungerechtfertigt und ihn dann auch beleidigt. Und bin ausfallend geworden. Oh shit. Und ich habe dann auch komische Videos gemacht. Ich war in meinem Zimmer, habe gefreesed seit einer halben Stunde lang und habe einfach nur Beleidigungen gesagt. Und war auch die ganze Zeit sehr aggressiv in einer schizophrenen Phase. Und ich wünschte damals, hätte mir irgendwer einfach die Kamera weggenommen oder eher Hilfe gerufen. Und schlussendlich bin ich in die Psychiatrie gekommen. Aber ich denke, ich hätte da früher gestoppt werden müssen, damit das nicht so öffentlich, in die Öffentlichkeit gekommen wäre. Boah, das ist natürlich, also, puh, du hast deinen Bankberater beleidigt. Das ist natürlich dann auch schwer nachvollziehbar. Der wird sich natürlich dann auch fragen, okay, da denken jetzt 100.000, 200.000, 500.000 Menschen, dass ich Miguel beklaut habe. Du hast ja auch eine treue Anhängerschaft. Gegen wen hast du noch Beleidigungen ins Netz gestellt? Einmalig gegen meinen Bankberater Beleidigungen ins Netz gestellt und dann noch gegen meinen ehemaligen Videopartner Mirko Rosig. Okay. Das wiederum war nicht ganz ungerechtfertigt, da er mir damals in meinem Psychiatrieaufenthalt Geld entnommen hat von meinem Konto. Und das war keine kleine Summe, das war fast mein ganzer Kontostand damals. Ich saß neben meinem besten Freund im Bus auf dem Weg nach Norderney zur Klassenfahrt. Und da fing es an, in meinem Kopf schon komische Gedanken zu bilden. Also ich habe mir am Morgen, ich habe ja die Nacht durchgemacht, wie gesagt, das war die zweite oder dritte Nacht, die ich durchgemacht habe. Und dann habe ich meinem besten Freund erzählt, ey, hör mal zu, ich habe voll die krassen Kräfte und erzähl das keinem, bitte erzähl das keinem. Und ich habe ihn dann so eingeweiht in dieses Geheimnis, dass ich jetzt irgendwie besondere Kräfte habe. Also super Kräfte. Ja, ja. Und ich habe es dann auch ein bisschen religiös. Also ich habe immer so einen religiösen Wahn, weil jeder meine Psychose gehabt. Ich hatte ja mit 16 meine erste, mit 18 meine zweite und mit 20 meine dritte Psychose. Und immer ging es um was religiöses und dann irgendwann habe ich dann so das Übertragen auf, ey, das hört sich jetzt richtig komisch an, wahrscheinlich für Außenstehende. Aber ich habe dann tatsächlich gedacht so, ich wäre, ich wäre so ein, oder ich sage es jetzt mal offen heraus, fällt mir eigentlich relativ schwer, weil ich das noch nie so gesagt habe. Aber ich habe gedacht, ich wäre so der Messias, also so ein Jesus, der Nachfolger von Jesus. Aber ich habe dann gedacht, also dass ich über Wasser, nicht über Wasser laufen kann, aber dass ich halt andere Sachen kann, wie aus dem vierten Stock springen und das überleben. Und da habe ich meinen Freunden zum Glück davon abgehalten. Ach, du wolltest denen das dann beweisen? Genau, ich wollte jedem das beweisen. Ich habe extra diesen heißen Tee genommen von einem Freund. Ich habe gesehen, da war halt, kam Rauch raus, ist warm gewesen, sehr heiß. Habe es über den Kopf geschüttet, um jedem zu beweisen, ey, guck mal, ich spüre keinen Schmerz. Habe ein Feuerzeug an die Hand gehalten. Ich habe halt keinen Schmerz gespürt, weil ich noch auf dieser Codeindroge war. Okay. Mit dem Alkohol. Ich finde das irgendwie total spannend, weil wir unterhalten uns jetzt gerade so ganz, ganz selbstverständlich. So ein ganz normales Gespräch. Und du kommst auch total sympathisch rüber. Und mir jetzt vorzustellen, dass du vor ein paar Jahren dann plötzlich solche Gedanken hattest und Leuten sowas beweisen wolltest, das ist irgendwie, ich weiß nicht, das ist voll schwer vorstellbar. Also meine Freunde waren erst komplett verwirrt und haben einfach immer alles abgenickt. Und vor allen anderen habe ich dann so getan, als wäre ich besoffen. Und meine Freunde wussten gar nicht, wie sie überhaupt reagieren sollen. Meine Freundin auch nicht, hatte damals eine Freundin, die mich dann auch verlassen hat, als ich in der Psychiatrie war. Irgendwie verständlicherweise, sie dachte, ich wäre irgendwie zu einem anderen Menschen mutiert. Was ich ja auch dann war, ich war komplett wie ausgewechselt. Ich war nicht mehr Miguel, sondern ich war jetzt der Mann mit Superkräften, der Messias, der nächste Erlöser so. Ja, das hört sich echt krass an. Da war das für dich die Realität? Da war das... Da gab es auch nichts zu diskutieren dran? Nö, es war für mich komplett klar, ich bin der nächste Erlöser, der nächste Retter der Welt. Ich muss meine eigene Religion gründen. Jetzt hast du gerade erzählt, dass deine Freundin dich in der Zeit, wo du dann in die Psychiatrie gekommen bist, verlassen hat, weil du dich halt so extrem verändert hast. Ich meine, das ist sowieso ein sehr kompliziertes Alter in der Jugend. Ja, kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Ich persönlich, ich habe von deinem Werdegang mitbekommen, als du gegen einen Rapper ein Video gemacht hast. Oder über einen Rapper. Und das war Capital Bra. Zu welcher Zeit ist das entstanden? War das in der Zeit, wo du selber in Behandlung warst? Oder ist das vielleicht auch beabsichtigt gewesen? Also warst du bei klarem Verstand, wo du dir gedacht hast, hey, ich will jetzt einfach mal in die Rapschiene rein? Und das war natürlich, sagen wir es so, für die Aufmerksamkeit war es jetzt kein schlechter Move, weil du natürlich viele Klicks bekommen hast und viele Menschen darüber geredet haben. Aber ihm wird das wahrscheinlich nicht so gefallen haben. Ja, also zu dieser Zeit war ich komplett neben der Spur. Also ich war nicht in Behandlung, aber ich war komplett zufrieden. Und ich würde das niemals nochmal machen. Und ich weiß auch nicht genau, was ich mir dabei gedacht habe. Ich weiß auf jeden Fall, dass das alles sehr schnell ging. Ich habe alles, den Song, den Text, alles über Nacht und dann an einem Tag auch abgedreht gemacht. Also ich habe mir da nicht viel Zeit für gelassen. Und im Nachhinein bereue ich es auf jeden Fall. Ich habe mich auch bei Kapital entschuldigt. Wir wollten uns noch persönlich treffen in Berlin, weil er eine persönliche Entschuldigung gefordert hat. Beziehungsweise er gesagt hat, dass er es besser fände, wenn ich mich persönlich entschuldige. Das werde ich auf jeden Fall auch noch machen. Und ja, ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Also ich weiß nicht, was da in meinem Kopf vorging. Ich habe sehr viel Hass verspürt gegenüber allen Rappern. Das sollte eher so ein Statement sein, weil ich durch Drogen halt diese Psychose hatte. Okay, ja das ist ja schon mal stark, dass du das für dich so einsiehst, dass du sagst, hey, da habe ich auf jeden Fall einen Fehler gemacht. Auch wenn es mir viel Aufmerksamkeit gebracht hat. Im Nachhinein würde ich es nicht nochmal machen. Jetzt hast du auf jeden Fall so ein paar Punkte angesprochen. Und ich frage mich, so während ich dir zuhöre, viele Jugendliche schauen zu dir auf. Wollen vielleicht auch so sein wie du. Und dann passieren dir aber Riesenfehler. Und das nicht mal, weil du ein böser Typ bist. Also du machst wirklich einen sehr lieben Eindruck. Aber du hast halt eine Krankheit. Und mit dieser Krankheit, hast du ja selber beschrieben, bist du dann plötzlich in der Öffentlichkeit zu sehen, wie du am Durchdrehen bist. und Leute beleidigst und Leute vielleicht auch hetzt auf andere Menschen. Und da weiß ich halt jetzt gerade für mich nicht. Ihr könnt für euch zu Hause auch mal überlegen. Aber da würde mich auf jeden Fall deine Meinung interessieren. Gehört sowas in die Öffentlichkeit? Bist du der Überzeugung, dass du überwiegend Gutes tust? Oder sollte man vielleicht schauen, dass solange du in dieser Risikophase bist, dass du auf jeden Fall nicht auf dieser Plattform stattfindest, bis du geheilt bist? Ich auf jeden Fall das Letztere. Ich finde, in dieser Akutphase, also zu meiner Krankheit, es tritt episodisch auf. Wenn man zum Beispiel Drogen nimmt, wenn man schlaflose Nächte hat, wenn ich sehr viel Stress habe, kann so eine Psychose einfach auftreten. In Episoden, ich hatte zum Beispiel mit 16 meine erste Psychose vor YouTube, dann zwei Jahre später mit 18, zwei Jahre später mit 20. Aber ich habe natürlich auch immer, als die Psychose dann aufgetreten ist, schlaflose Nächte gehabt, Stress. Und es gab Marihuana-Konsum damals viel, hauptsächlich Marihuana. Und deswegen bin ich dann irgendwann psychotisch geworden. Und ich finde, zu der Zeit hätte nichts in die Öffentlichkeit gesollt. Bist du denn heute geheilt? Ich habe zum Glück nur diese Episoden, dass ich jetzt wieder komplett frei bin von Halluzinationen, von komischen Gedanken, von Ängsten. Aber es tritt manchmal sogar episodisch auf, wenn ich nachts in einem Club bin, dann habe ich auf einmal Angst vor den Leuten im Club. Ich fühle mich verfolgt von Leuten. Ich habe Angst, dass andere mir was tun. Wenn ich jetzt zum Beispiel überstresst bin, wenn ich gerade irgendwie zwei Videos in einer Nacht schneiden muss oder so oder eine Nacht durchmache, ich muss sehr vorsichtig sein. Ich muss regelmäßig meine Tabletten nehmen, damit ich halt nicht wieder in so eine psychotische Phase reinkomme. Und ich bin manisch. Das heißt, damals auf YouTube war ich sehr aggressiv, aber hinter der Kamera war ich auch depressiv. Das heißt, ich bin manisch mal sehr, mal habe ich einen Hoch, mal habe ich einen Tief. Das hatte ich schon mein ganzes Leben lang. Ich habe nämlich eine schizoaffektive Schizophrenie. Das heißt, ich habe manchmal Downs und manchmal Ups. Wenn du solche Ups und Downs hast, so wie du das beschreibst und die auch teilweise spontan auftreten, dann frage ich mich jetzt gerade, wie kann denn sichergestellt werden, dass du dann nicht doch wieder so eine Phase hast, wo du ein Video drehst auf YouTube und in dem Video hast du halt gerade so eine Episode, so wie du das beschreibst. Wie kann man denn da auf Nummer sicher gehen? Oder muss man nicht eigentlich zum Schutz der Jugendlichen, die natürlich auch viel auf dieser Plattform unterwegs sind, sagen, hey, okay, für dich ist das vielleicht zu riskant? Niemand kann es versichern. Mein Psychiater versichert es mir nicht. Aber er sagt, wenn ich regelmäßig schlafe, was ich tue, wenn ich regelmäßig morgens und abends meine Tabletten nehme, dann besteht kein großes Gewahr, dass ich noch eine Psychose kriege. Okay, okay. Also ich habe da auch Leute in der Psychiatrie kennengelernt, die haben gesagt, ich hatte das auch episodisch und ich hatte seit 20 Jahren keine Psychose und auf einmal war da eine, die dann wieder komplett durchgedreht ist. Okay, okay. Die sich dann auch normalisiert hat und auch wieder normal wurde. Also sie hat gesagt, 20 Jahre hat sie es ohne eine Psychose ausgehalten und mein Ziel ist es, nie wieder eine zu haben. Und mein Psychiater hat auch gesagt, wenn ich den Marihuana-Konsum lasse, den ich letztes Jahr bei meiner Psychose hatte, wenn ich aufhöre zu kiffen, dann ist es auch, dann ist das sozusagen die halbe Miete. Dann kann so ein Rückfall fast gar nicht mehr passieren. Krass. Medikamente, genug Schlaf, keine Drogen. Und das Komische war bei mir, ich dachte, alles wird gefilmt. Als ich in der Psychiatrie war, dachte ich, die drehen jetzt gerade eine Dokumentation über den auserwählten Messias. Die drehen eine Dokumentation über mich, ob ich da wirklich der Echte bin. Und dann dachte ich, ich muss mich immer beweisen. Ich war in so einem Beobachtungsraum, wo da so eine Scheibe war, wo ich nicht durchsehen kann, aber die mich sehen können. Und da habe ich dann mein Bett hin und her geschoben und bin die Wand hochgelaufen und wollte denen zeigen, so ey, guck mal, ich habe super Kräfte. Ich glaube, in deiner Vorstellung, vielleicht sogar in deiner Erinnerung, ist es auch alles so gewesen. Aber in Wirklichkeit bist du halt die Wand hochgelaufen und wahrscheinlich einfach runtergeklatscht. Ja, genau. Jeder normale Mensch. Ja, okay, dass das deine Eltern tief getroffen hat und das natürlich dann auch familiär eine schwere Phase für dich war, macht absolut Sinn, nach dem, was du erzählst. Wie ist es dann in der Psychiatrie? Also es ist vielleicht auch nochmal eine eigene Folge. Das könnt ihr auch für euch überlegen, ob euch das interessiert. Ihr könnt mal hier oben, irgendwo kommt so ein I, könnt ihr mal abstimmen, ob euch das Thema interessiert. Können wir aber jetzt kurz auch mal drüber reden, wie es dir dort ergangen ist. Also was ist vielleicht so ein Negativ-Highlight, was du noch in Erinnerung hast? Mit 18 war es sehr schlimm. Da war ich in der Klinik und ich hatte vor jedem Angst. Da hatte ich nochmal eine andere Form von einer Psychose, auch religiös. Nur mit 18 hatte ich einen ganz anderen Wahn. Da habe ich auch gedacht, ich wäre der Messias und dass der Teufel mich verfolgt. Und ich dachte, jeder ist besessen und die am Ende einfach nur dafür sorgen wollen, dass ich sterbe. Und ich hatte so Todesangst, dass ich mich mit 18 wirklich immer im Einzelzimmer im Bett verkochen habe. Und ich hatte Angst, dass das Fenster auf ist, weil ich dachte, durch ein geöffnetes Fenster kann der Teufel meine Gedanken lesen. Ich habe alles auf den Teufel bezogen. Ich habe mega, mega Angst gehabt. Ich habe einfach gedacht, dass die einzige Lösung oder der einzige Ausweg ist, wenn ich mich selbst umbringe, weil anders komme ich nicht weg vom Teufel. Also du hast das richtige Selbstmordgedanken? Ja, Suizidgedanken. Es gab einen Moment, den werde ich nie vergessen. Ich lag im Bett und das war genau da, wo meine Psychose ausgebrochen ist. Irgendwas hat mich am Hals gewürgt und hat gesagt, hör auf mit YouTube. Und es hat erst aufgehört zu würgen, wo ich gesagt habe, okay, mache ich. Dann wurde es nochmal stärker, das Würgen. Und dann hat es gesagt, geh zur Kirche. Und dann habe ich gesagt, okay, mache ich. Und dann wurde das Würgen nochmal stärker. Und dann macht zwei Jahre eine Mission. Ich wollte halt nicht. Ich wollte auch nicht mit YouTube aufhören, aber das Würgen hat erst aufgehört, wo ich dann gesagt habe, okay, mache ich. Und das war so das, woran ich mich immer wieder erinnere, dass da wirklich so eine Hand war, die mich gewürgt hat. Wahnsinn, Wahnsinn. Okay, und hast du auf der anderen Seite vielleicht auch ein richtig schönes Erlebnis in der Zeit gehabt, was mit deiner Krankheit zu tun hatte, wo du für dich jetzt im Nachhinein sagst, okay, wow, auch sowas kann daraus entstehen. Also ich muss sagen, Anfang dieses Jahres, wo ich noch in der Psychiatrie war, habe ich sehr, sehr korrekte Leute kennengelernt, sehr korrekte Menschen, mit denen ich mich ausgesprochen habe. Ich habe richtig gute Freundschaften da gebildet in diesem Jahr in der Psychiatrie. Das war das erste Mal, dass ich auch mit den Patienten geredet habe. Und ich habe das Gefühl, ich konnte anderen helfen. Und das war das Schönste. Okay, das heißt, es gibt auch an so einem Ort richtig schöne Begegnungen. Das ist zum Beispiel auch voll wichtig, dass du sowas auch mal sagst, weil für die meisten wirkt das natürlich, als wäre das der Ort des Schreckens, wenn man so die anderen Geschichten hört. Nicht unbedingt, weil, also, wenn man sich nicht öffnet vor den Leuten, dann hat man auf jeden Fall Angst vor denen. So wie ich damals mit 18. Aber jetzt mit 20 hatte ich einfach mich geöffnet vor den Leuten und offen mit denen geredet und gesagt, ey, warum seid ihr hier? Was sind eure Probleme? Und auf einmal habe ich gemerkt, ey, vor denen braucht man keine Angst haben. Die haben ähnliche Probleme wie ich. Mit denen kann man dann teilweise ganz normal reden. Und so macht man sich eigentlich eine schöne Erfahrung. Jetzt hast du uns heute schon einen richtig guten Einblick in deine Welt gegeben. Mich würde jetzt auf jeden Fall noch interessieren, was würdest du anderen Menschen draußen raten, die vielleicht selber in so einer Situation stecken, dass sie das Gefühl haben, okay, irgendwas stimmt mit meinen Gedanken nicht. Was würdest du denen raten? Weil du hast ja einige Fehler gemacht, auch heute schon offen und ehrlich angesprochen. Wie könnte man solche Fehler verhindern? Also Leute, erst mal ist es sehr wichtig, regelmäßig zu schlafen. Es ist sehr wichtig, keine Drogen zu nehmen, damit ihr nicht in so eine Situation kommt oder eine Psychose bekommt. Und alles im Maßen zu genießen. Also sei es Alkohol, Zigaretten, nicht zu viel. Und Leute, die eine Psychose haben, an alle, die eine Psychose haben oder psychisch krank sind und in der Psychiatrie sind oder Probleme mit dem Kopf haben, ihr könnt es da rausschaffen. Ihr könnt gesund werden wie ich. Ihr könnt ein normales Leben haben. Ihr müsst euch nur anstrengen, den Ärzten vertrauen und die Medikamente nehmen. Und dann schafft ihr es auch daraus. Super Statement auf jeden Fall. Mir ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, dass diejenigen, die Miguel schon verfolgt haben hier auf YouTube, die haben wahrscheinlich ein, ich sag mal so ein gemischtes Bild von dir. Das weißt du ja selbst auch gut genug. Und wichtig ist bei dir aber auch zu erwähnen, dass du schon mehr als 200 Videos online hast und ich weiß nicht, 10, vielleicht 15, 20 dabei sind, wo man definitiv sagen kann, okay, die gehören nicht auf diese Plattform. Das hat bei Jugendlichen im Kinderzimmer nichts zu suchen. Und da muss auch was gegen gemacht werden. Aber all diese anderen Videos, die müssen nicht jedermanns Geschmack sein. Aber das ist halt Unterhaltung wie auf ganz vielen anderen Kanälen. Und da hast du dir nichts zu Schulden kommen lassen. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du heute so offen und ehrlich hier darüber gesprochen hast. Und ihr könnt natürlich jetzt mal eure Gedanken zu Miguel in die Kommentare schreiben. Da sind natürlich jetzt viele Themen dabei gewesen, die wir nicht komplett besprechen konnten. Ihr könnt auch mal für euch überlegen, habt ihr Interesse daran, dass wir vielleicht noch ein zweites Video drehen, wo wir auf eure Fragen noch mal eingehen. Das können wir natürlich machen, jederzeit. Wenn Interesse daran besteht, dann schreibt das auf jeden Fall in die Kommentare. Ansonsten, Freunde, könnt ihr mir auch immer schreiben. Weil Miguel, wie hast du es gemacht? Ich habe ihn auf Instagram geschrieben, als ich seine Videos abgecheckt habe. Und Leroy ist auf jeden Fall sehr korrekt und geht auch auf euch ein. Nein, danke schön. Also, ich habe Miguel geantwortet. Ich werde jedem von euch auch antworten persönlich. Deshalb, Freunde, schreibt mir auf Instagram, wenn ihr selber eine Geschichte habt. Es muss keine psychische Krankheit sein. Es kann irgendwas sein, wo ihr sagt, davon sollten Menschen erfahren. Schreibt mir auf Instagram. Ansonsten, Freunde, vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Denn dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal.